Hallo zusammen und willkommen in meiner Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ein weiteres Handy aus meiner Sammlung. Ein Zuschauer hat mir geschrieben, dass sein erstes Mobiltelefon das Nokia 1610 war. Ich habe eben geschaut, dieses Telefon habe ich auch in meinem Regal stehen. Und jetzt seht ihr es. Das 1610 wiegt ca. 250 Gramm. Angekündigt wurde das Mobiltelefon 1996. Das Telefon wird von einem Nickel-Metall-Hybrid-Akku mit einer Kapazität von 600 mAh angetrieben. Die Stand-by-Zeit lag bei guten 100 Stunden. Es handelt sich hier um ein reines D-Netzgerät. Ihr seht hier zwei identische Modelle. Bei dem einen Modell befindet sich der Schriftzug D2 Privat auf der Vorderseite. Es wird eine SIM-Karte verwendet in der Größe einer Kreditkarte. Das Telefon verfügt über ein monochrom Display mit zwei Textzeilen. Dieses Telefon ergänzte damals das Businessmodell und zwar das 2110. Von Nokia wurde das 1610 als kompaktes und kostengünstiges Telefon mit hervorragenden Gesprächs- und Stand-by-Zeiten beschrieben. Reichhaltiges Zubehör war hier vorhanden. Ich hoffe dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. All meine Handy-Videos habe ich in einer separaten Playlist zusammengefasst. Diese findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut und bleibt gesund.